Also lassen wir doch die Wähler entscheiden, was sie kanzlerisch finden. Also kanzlerisch ist nicht, wenn man die Raute nachmacht. Wenn man Politik von Angela Merkel will, muss man auch in den Inhalten wegkommen von diesem völlig staatsorientierten SPD-Wahlprogramm. Und davon habe ich gestern nichts gemerkt. Ich habe auch ihn nun nicht als, ich will ihn nicht bewerten, aber dass das nun ein Feuerwerk der Ideen war, habe ich nicht gespürt. Wir haben unsere unterschiedlichen Arten. Ich kämpfe für diese Themen, weil es wirklich eine Richtungsentscheidung ist. Und ich, auch in der Frage, die gestern wieder nicht beantwortet ist, lässt man sich notfalls mit der Linken ein- und koaliert. Ich finde die gar nicht so schwer. Er benennt all die Themen, wo es nicht geht. Ja, aber warum sagt man da nicht, ich mache es nicht? Es wird keinen linken Minister in Deutschland geben. Egal, was die danach im Koalitionsvertrag zugestehen. Eine ganz simple Frage, ohne eine Antwort. Kanzlerisch ist das nicht. Die Kanzlerin hätte eine klare Antwort gegeben, wenn sie die Kanzlerin danach gefragt hätten. Kanzlerisch ist das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020